hallo grüßt euch herzlich willkommen auf meinem youtube-kanal zu einem kleinen neuen infovideo für transom world 3 schön dass ihr dabei seid ja in diesem video möchte ich euch mal ein bisschen nahe bringen wir in transom world 3 oder auch in transom world 1 oder 2 grafikeinstellungen auf dem pc das gilt nur für den pc nicht für die konsolen ja so ein bisschen optimieren könnt und das ganze besser aussehen lassen könnte denn hier im forum hat der gute steve schon im juni 2009 10 einen wunderbaren beitrag erstellt grafik tweaks natürlich geht auch der ganze credit hier an den guten steve ich möchte euch das nur zeigen ich habe mit der erstellung dieses tutorials dieses beitrags gar nichts zu tun das war alles der steve der schreibt hier nämlich das optimieren von ue4 befehlen und einstellungen in der datei engine ini ist heutzutage zu einem trend geworden da hiermit grafikeinstellungen und andere dinge geändert werden können die dtg nicht als optionen im einstellungsmenü einprogrammiert hat viele dieser dinge sind aus bestimmten gründen auf ihre standardeinstellungen festgelegt und das ändern dieser einstellung kann für manche dinge tabu sein aber sie können dafür sorgen dass das spiel besser aussieht oder besser läuft und das in der regel ohne großen leistungsverlust auch wenn dtg das manchmal anders argumentiert zu finden ist diese engine ini unter my games also dokumente my games train symbol entweder train symbol 1 2 oder 3 je nachdem welche welchen teil ihr spielt saved config windows new editor engine ini bis unten auch schon mal vorbereiteten dokumente my games train symbol 3 und dann habt ihr hier die engine ini und da könnt ihr ganz unten da stehen eure ganzen routen und fahrzeuge drin und da könnte hier ganz unten könnte hier system settings hinzufügen das zeigt er hier auch um befehls aufrufe hinzuzufügen geht zum ende der datei und gibt in einer leeren zeile system settings ein genauso wie es hier steht und drückt die eingabe taste um zur nächsten zeile zu gelangen nachdem dies eingeben wurde könnt ihr befehle einfügen jeder befehl benötigt dafür eine eigene zeile in der datei was zu einem allgemeinen format wie dem folgenden führt ihr braucht also für jeden befehl eine neue zeile nach dem befehl immer enter drücken damit ihr eins nach unten rutscht sowie das ja hier auch der fall ist könnte ganz normal die engine ini mit dem windows editor öffnen ich habe mir hier viele fehler eingetragen und da könnte hier diese folgenden befehle eintragen einmal die view distance scale das ist ein multiplikator der die sichtbarkeitsentfernung für die statische szenerie festlegt eisenbahnschienen und schwellen man hat es ja beim fahren dass so 10 15 meter vorm zug immer so ein schatten voraus läuft und den könnt ihr damit weiter nach vorne schieben also weiter weg von eurer lokomotive ist aber sehr ressourcen intensiv da die zusätzlich gerenderten objekte die ram auslastung massiv und die grafikkarten auslastung leicht erhöhen nur hier sind dann auch immer beispiele dabei müsst ihr halt immer ein bisschen rum spielen welcher faktor welche zahl die hinten eintragt für euer system das beste ist also jeder wert höher als 1 ist der multiplikator für die entfernung da könnte hier noch er punkt color punkt mit einstellen damit könnte den kammerwert quasi ändern umso niedriger umso ja dunkler ist das ganze damit das alles ein bisschen natürlich aussieht dann die material quality also das material quality level damit könnte die darstellungserpernung für gras erhöhen ja ist aber nur für das gras also das habe ich auch nicht benutzt und wenn sie auf null gesetzt wird wird die qualität anderer objekte auch noch beeinträchtigt dann habt ihr die motion blur quality quality nicht quality diese option wirkt sich auf die bewegungsunschärfe im spiel aus 0 heißt die bewegungsunschärfe ist aus und 4 bewirkt den höchsten effekt also zwischen 0 und 4 könnt ihr hier alles auswählen damit könnt ihr zum beispiel wenn ihr das auf null stellt die räder an eurer lokomotive wenn ihr die motion blur wenn ihr den motion blur an habt dann sind die so verschwommen und wenn ihr das ausschaltet sind die wieder glocken klar dann habt ihr skeletal mesh lod bias das sind werte die dinge auch von weiten gut aussehen lassen insbesondere wenn der befehl hier oben nicht benutzt wird die view distance das beeinträchtigt die züge ein negativer wert kann die dinge besser aussehen lassen ein positiver lässt die schlechte aussehen aber die ue 4 engine also die andere 4 engine ist nicht perfekt im umgang mit diesem skelett netzen und das kann die fps sehr beeinflussen deswegen schreibt er ja auch verwendet diese option daher auf eigenes risiko dann haben wir die map map lod bias da geht es dann darum um texturen und schärfer werden zu lassen wenn sie weiter entfernt sind die dann mit zunehmender entfernung halt weniger detailliert werden und hier könnt ihr halt auch rumspielen dann haben wir hier einen ganz schönen wert den foliage lod distance scale der ist ganz wichtig meiner meinung nach den habe ich mir hier auch hier steht eine gute einstellung ist drei ich habe den sogar auf sechs also das doppelte weil es ist ganz oft so in trends im world das bäume halt noch in der im sichtbaren bereich die lott stufen ändern und das sieht einfach blöd aus wenn man fährt und so 50 60 meter vorm zug rendern dann halt die bäume in eine höhere qualität das sieht absolut bekloppt aus deswegen habe ich hier den wert sogar auf sechs gestellt hier steht es nämlich setzt diesen wert auf einen wert größer als eins damit bäume in größerer entfernung eine höhere qualität erhalten dies wird nicht nur besser aussehen sondern auch dazu führen dass der übergang zwischen lod in größerer entfernung stattfindet das heißt dieser übergang findet nicht mehr in eurem sichtbereich statt umso höher ihr diesen wert setzt umso weiter weg wird dieser übergang stattfinden das ist ein multiplikator daran solltet ihr denken und wird er auf 20 gesetz rendet die bäume 20 mal weiter weg das ist eine menge das geht natürlich auf die performance weil mehr bäume in der höheren qualität natürlich im sichtbaren bereich dargestellt werden müssen und hier unten gibt es noch eine option da könnt ihr quasi den nebel an und ausstellen die standard einstellung aus 1 das macht den nebel an wenn ihr nebel haben wollt braucht ihr gar nichts eintragen wollt ihr gar kein nebel mehr im spiel egal bei welchen wetter einstellungen dann setzt ihr das ganze dann auf null ja wirklich nur feine sache muss jeder selber gucken da gibt es jetzt keine standard einstellung jeder hat ein anderes system jeder hat unterschiedlich viel arbeitsspeicher rechenpower etc da müsst ihr ein bisschen rum spielen ich verlinke euch dieses tutorial auch noch mal unten in der video beschreibung aber wirklich eine schöne schöne sache hier kann man wirklich sachen einstellen die so in den grafikeinstellungen ingame im menü gar nicht gibt und natürlich gehen noch mal am ende große props an den steve raus vielen lieben dank für dieses tutorial was du hier im forum erstellt hast und ja ist sehr sehr nützlich auf jeden fall wenn es euch gefallen hat wenn euch diese tipps helfen dann lasst mir und auch gerne natürlich dem steve hier können hier unten einfach ich glaube das habe ich auch noch gar nicht mal einfach hier ein herz et cetera verteilen zack dann erscheint das hier und dann wird das ganze noch mal honoriert danke fürs einschalten und bis zum nächsten video